Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6106. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich dokumentiere die Software, die ich zu einem früheren Zeitpunkt programmiert habe. Ich dokumentiere die Software, die ich zu einem früheren Zeitpunkt programmiert habe. Warum stehst du mit beiden Füßen auf Papas Fußspitzen? Wollt ihr tanzen? Warum stehst du mit beiden Füßen auf Papas Fußspitzen? Wollt ihr tanzen? Warum stehst du mit beiden Füßen auf Papas Fußspitzen? Wollt ihr tanzen? Meine Aufgabe ist es, das operative Geschäft zu steuern. Meine Aufgabe ist es, das operative Geschäft zu steuern. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Wir haben keine Ahnung, wie man es richtig macht, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Lass uns dieses Zimmer verschönern. Wir haben keine Ahnung, wie man es richtig macht, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Bald ist Weihnachten. Hast du schon Geschenke für alle Familienmitglieder? Bald ist Weihnachten. Hast du schon Geschenke für alle Familienmitglieder? Dieser neue Song meiner Lieblingssängerin entspricht genau meinem Musikgeschmack. Herausforderungen sehe ich als Chance. Herausforderungen sehe ich als Chance. Herausforderungen sehe ich als Chance. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Der Kunde muss für den Empfang unterschreiben. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Der Kunde muss für den Empfang unterschreiben. Gepflegte Zähne sehen strahlend, weiß und attraktiv aus. 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 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.